Nach monatelangem Streit darf der chinesische Staatskonzern Costco nun doch bei einem Container-Terminal im Hamburger Hafen einsteigen. Die Bundesregierung stimmte einer Minderheitsbeteiligung von 24,9 Prozent zu. Ursprünglich hatte Costco einen Anteil von 35 Prozent am Terminal Tollerort erwerben wollen. Anders als Kanzler Scholz machten jedoch mehrere Ministerien Bedenken geltend. Ihre Sorge galt dem wachsenden chinesischen Einfluss auf kritische Transportinfrastruktur.